Der Weltklimarat lag wohl mit seinen Prognosen ziemlich daneben. Alle Grundannahmen bestätigen sich zwar immer wieder, doch auch bei den Forschenden scheint sich ein Irrtum eingeschlichen zu haben. Was ist also falsch und was stimmt? Clixoom Nature gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Bisher wussten wir es nur aus den Nachrichten, aber jetzt ist es auch wissenschaftlich belegt. Die Arktis taut früher und schneller auf, als es der Weltklimarat vorhergesehen hat. Ein Forschungsteam um die britische Geologin Louise Farkerson hat den Permafrostboden in Kanada untersucht und festgestellt, dass der Boden sich viel schneller verändert als prognostiziert. Zwischen den Jahren 2003 und 2016 ist der Boden stellenweise um 90 Zentimeter abgesagt. Dort, wo der Boden dauerhaft gefroren sein sollte, bilden sich Seen. Eigentlich waren diese Veränderungen für Ende des Jahrhunderts vorhergesagt. Doch der Boden dort ist nur wenig geschützt und die überdurchschnittlich warmen Sommer führen nicht nur zu den erheblichen Bränden wie in diesem Jahr, sondern eben auch zu viel schnellerem Auftauen des Bodens, so die Forschenden. Und diese Veränderungen verheißen nichts Gutes. Damit wird ein Kipppunkt erreicht, der das Potenzial hat, den Klimawandel dramatisch zu beschleunigen. Denn zusätzlich zum CO2, das der Mensch in die Atmosphäre einbringt, kommen damit nochmal erhebliche Mengen Klimagas in die Erdatmosphäre. Im Permafrostboden sind riesige Mengen Methan gespeichert und zusätzlich entweicht auch noch Kohlendioxid. Es soll dort im Boden zweimal so viel Kohlenstoff gespeichert sein wie in der Atmosphäre. Gelangen diese Gase durch Brände, einfaches Entweichen oder Zersetzung durch Bakterien in die Atmosphäre, wäre ein unaufhaltbarer Prozess in Gang gesetzt worden. Und nicht nur dieser Prozess scheint vom Weltklimarat unterschätzt worden zu sein. Auch der Anstieg des Meeresspiegels ist wohl weitaus dramatischer als vermutet. Der Meeresspiegel steigt viel schneller als der Weltklimarat vorhergesehen hat. 3,6 Millimeter pro Jahr, das ist doppelt so schnell wie im Schnitt des letzten Jahrhunderts. Was konkret hat das erstmal keine Auswirkung, wenn das Wasser so ein paar Millimeter steigt. Aber durch heftige Stürme und Extremwetter sind die Folgen dann doch immens. Ganze Inselstaaten verschwinden schon auf der Erde und Städte wie New York verbieten schon das Bebauen ehemaliger Siedlungsflächen und überlassen sie dem Atlantik. Und auch auf der anderen Seite in den Gebirgen wird eine der Ursachen, das Abschmelzen der Gletscher, beunruhigende Folgen haben. Gletscher puffern die Trinkwasserversorgung und sorgen in Trockenphasen für genügend Wasser. Fehlen sie, werden auch Teile der Gebirge weltweit unbewohnbar. Es gibt dann einfach zu wenig Wasser. Alles in allem hat sich der Weltklimarat wohl verschätzt und das ist eine dramatische Situation. Jetzt stellt sich heraus, dass der Weltklimarat gar nicht Panik erzeugt hat, sondern das Gegenteil, die Veränderungen eher zurückhaltend prognostiziert hat. Wir müssen also tatsächlich damit rechnen, dass es schlimmer kommt als vorhergesagt. Damit gehört dann auch Greta Thunberg zu den eher zurückhaltenden Personen, die vor den Konsequenzen warnen. Frankreichs Premierminister Emmanuel Macron nannte die Situation nach dem Durchsickern der ersten Infos aus dem Meeresreport auch verheerend. Im Moment verlören wir den Kampf, so der Premierminister. Um mehr über die Situation zu erfahren, ist ja gerade die absolut spektakulärste Polarexpedition aller Zeiten gestartet. Forschungsschiff lässt sich einfrieren. Dafür hier anklicken, anschauen und abonnieren. Und zwar Clixoom Nature für den nahezu ausgeschlossenen Fall, dass ihr es noch nicht getan haben solltet. Also bis dann, bleibt dran!